Das wird ja auch verglichen wirklich mit dem Gravitationsgesetz und so. Es wird ausgegangen von einem Ehrengesetz, dass Gedanken sich in Realität materialisieren. Und wenn man fest daran denkt und fest daran glaubt, dann kommen diese Dinge mit Notwendigkeit in Existenz. Das heisst, man schafft eigentlich seine eigene Realität. Es ist eigentlich Philosophie à la Pipi Langstrumpf. Ich schaffe mir die Welt, wie sie mir gefällt.